ich könnte jetzt wie schön die Musik und alles von Life is Strange, Zelda, oh. Oh ja, die Stator habe ich auch zu Hause. Dafür war mein A-Modell. Strayer NX. Oh Gott, war ich voll. Ich glaube, ich habe eine Karte von Deck Nein. Deck Nein? Nie wieder, nie wieder. Das war ein guter Bier. Life is Strange Before the Storm. Episode 1. Erwacht. Oh, diese Stellen, wo man halt einfach nur liegen kann und wo die Musik spielen. Oh, hab ich das fändisch. Aber sowas von. Ich möchte in die aufstehen. So, die gesamte For the Other Universe. Nur die eine, dann stehe ich auf. Okay. Ich sag einfach mal, lass uns die Morgen anbrechen. Ich bin gespannt, aber still zu bieten. Das Sch센ter brauchst. Sometimes all I want to do is shut my eyes and tell the world to go to hell. Hey Max. Hey Dad. Another day in paradise. Right? Terrible news, my fellow Oregonians. Our very own Pacific Steve's famous crab is shutting its doors. Might have something to do with all the help and safety violations they've suffered this year. Kann ich eigentlich aufstehen oder sowas? Daily Rituals are important. Das ist Zeitgeberührung. Oh, das ist ein Ritual von ihr geworden. Ich will jetzt nicht alles durchlesen. Ich will einfach nur, zack, den Totenkopf da wegkriegen. So, Episode 1, aber... Verlorenes... Ah, das sind die Sachen. Verlorenes Einhorn. David Schrott. Gefängniswand. Theaternerds. Bewirkliche Leinwand. Okay. Du hast gekriegt. Du hast gekriegt. Shit to tag. Das krieg ich hin. Geht in den 그것ten. Das ist super wichtig. ? Der Ephen. Das ist wirklich, D oder? Der villains. Das ist schön. En, das diet siete. Mit coconut auf die Welt mer iram. Du wundert vor. Gewürfen volcanicー. Das ist schön. Das ist schon möglich. guckte mal da ist das Einhorn wovon wir reden aber das ist ein Pegasus das ist ein Pegasus ne das ist ein Pegasus Einhörner haben keine Flügel das haben nur Pegasusse gehst du Pegasus an die Mehrzahl aber weil es hier gibt so viel zu nachgucken wir gehen jetzt von links zur Tür und nach rechts von rechts zur Tür und Spiegel sowas kenne ich nicht sie hat ein Feichenkass das sieht ja fast aus wie es aussehen sollte dich anziehen? äh kenne ich auch was anderes ah ist ja geil ach ich kann entscheiden was ich anziehen oh wie neu ist das denn? Bonus Outfits? ich werde das Zwischendinge nicht nehmen ok warte Feierabend habe ich kein Bock drauf Vogelschädel? Square nix mit die Job habe ich nicht der Rabe wäre natürlich ziemlich cool aber ich nehme einfach aus Gewohnheit weil Life is Strange ist für mich halt etwas mit Schmelderling und so nämlich die Schmelderling das ist für mich logisch da gibt es kein Problem aber Obwohl äh Nein Entschuldigung es ist für mich ein Symbol aber oh ich weiß ja aber der Rabe wird ja dann auch nicht passen Chloe ist eher so ein Typ der eher schwarz und sieht oh Gott sieht das mit Absicht so schlimm aus? wie sieht Firewalk aus? denn es ist das Auto schon gestern Nacht, na super ich nehme einfach das Firewalk dieses weil es auch neu ist obwohl dann wei... da bin ich gespannt wenn ich das jetzt anbehalte wissen die ob ich da war? ja oder wenn ich das anbehalte weiß der Verkäufer zum Beispiel dass ich glaubt dass ich wissen sieht für mich eh auch am besten aus für mich sie haben alle Angezug Erele Schäfer gar ein nein wir haben noch Zeit, pass auf man ist zu lassen, es geht vor allem sie haben immer die Transporte ich immer da muss es in der Mitte der Sorge so wie es aussieht ist es sieht in mehreren und nicht auch ordentlich sortiert und alles Mom said I was too young to go so sie war falsch und es war großartig äh Norabin Ponysex ok I love you, I hate you so was haben wir hier können und die Hose auch noch wechseln vielleicht aber öffnen ich habe die Hose auch noch nicht ich habe dir alle gespeichert, du musst das Foto löschen, auf dem ich tanze, nur mit dir, dass ich mich zu gehen, froh, zweimal gesünderium, Elliot der ist Elliot der ist Elliot habe ich ihn vergessen, ist das der Typ mit dem ich geschrieben habe mein Gedächtnis ist echt das Beste hä, wo ist mein Handy, ich habe mein Handy verloren ich habe mein Handy verloren ich habe mein Handy verloren hä ach ich glaube Elliot war der Typ, ne Max hat mir das Mixed-City Jahre vor und weil es Max nicht eine einzige Song war piratet pfff Piraten-Power PP und jeder weiß wofür PP auch steht richtig, Piraten-Platte so, denn gehen wir mal hier bei der Bücherin, ein Zeugnis, Ansing Mann, ich kenne es dieses Jahr ich glaube nicht, dass meine Mutter das gleiche fühlt Max das ist ein Not, ne oh, das geht doch noch, ey, hallo Chemie, C unbeständig für Mark mehr zu leisten, Abwesenheiten Engel, Steh, Elternamt empfohlen, Abwesenheiten kann man in seiner Muttersprache ach, ist egal Sport, C stört den Unterricht häufig Abwesenheiten amerikanische Geschichte, D schwierig, unkonzentriert, Abwesenheiten hier mit dem Sieg unter dem Sieg nachhilft wird super Abwesenheiten ja, wir wissen, dass abwesen sind wir waren, dass die Sie nicht da das ist meine Mutter nie sehen ja, ja, danke da waren wir noch viel zu gut das sei kann ich den ausschalten ist doch ein Periodensystem, hab ich auch gesagt wie hatten Sie das gu... oh, guck Telepathie ich würde sagen, dass mein Humor nicht mit Agung erhöht warum kannst du nicht mehr positiv sein oh, Gott, oh, Gott Chemiewitze, na, wie lustig warum hast du nicht positiver sein? oh, hör auf das verbessere ich gleich mal aber nie hä, ich will aussuchen, was ich auch mal nein better living, through chemistry mj420 ok anscheinend verstehe ich ein paar Witzel nicht das ist traurig so was ist das da oben kann ich, ne ich finde das Loch da viel ziemlich da schon wieder warte da echt kann schon was sind das für wilde Landschaften warum hängen die oben auch egal jetzt wird hier mal angesehen das war wirklich Rachel Amber und sie hat mein Leben ja, ich seh's auch wie war die letzte Nacht sogar real? oh, diese Person sich hier auch Kilometer weit, eh Blackwell Academy Raven Graham Cleary Price Hein Jones Zachary Williams Trevor Yard Logan Robertson Alissa Anderson Justin Williams Elliot Happen Dana Ward Evan Harris Stella Hill Brooke Scott Judith Watson Victoria Shays Nathan Prescott Taylor Christensen Rachel Amber das ist halt eine ziemlich normale Klasse Klassenfoto So Marmuth nach Essen wo geht man ran? Am PC richtig Ask Miss Arcadia You're the only source of info I trust in this town Okay warte Boah Liebe Miss Arcadia Habt ihr gehört, dass Firebrook in der Stadt spielen werden? Ich war an allen Veranstaltungsorten in der Gegend, aber niemand weiß was Sergio 22 Anscheinend nicht an allen Veranstaltungsorten, Dead Fan Weiß nicht, aber ich leite das Thema mal Rand Oder Rand Okay Leute, hier ist der Knöller Äh, es ist eine Privatparty Nicht die ihr Nicht wie Ihr seid nicht eingeladen Sondern eher wie Ihr seid besser daran, wenn ihr weg bleibt Ich weiß nur dafür, dass einige von euch noch schärfer drauf sind Also kommt auf eigene Gefahr Lasst ihr eintreten Eintretet alle Hoffnung fahren Schon mal von der Müde gehört Mit Arcadia Danke, Scorch Oh Scheiße, wenn du gehst, guck niemand in die Augen Wenn du in die Augen guckst, guck nicht weg Wenn du wegguckst, brauche ich jetzt auch nicht mehr auf meinen Rad hören Red Haha, sieh in meine Augen, meine Augen sind außerirdisch Toller Film, der Doktor Wovon redest du? Firebrook vorbei Gesandter ist grau und soll das Original, der Doktor Verstehe, was ist die Mühle? Firebrook vorbei Wie liebt mich, der Fan Vorher das Thema, du Postgott und die Illuminati Nächstes Thema, Spenden für die Erdbeben-Opfer-Haiti Wait, what? Who? What photo? When the head was from the road Und Chloe Price, Jeff Victoria's Chef hat ein Foto kommentiert, auf den du markiert bist und das Du flusses zu sehen, klick auf den von dem Link Ist kein Virus Definitiv nicht Hörte das? I have feelings about this Most of them are not good feelings Rachel, Firewalk, Trevor, Knight, Victoria Du siehst hart aus, wer ist die Süße in deinen Armen? Armand, Debra, irgendwas, Debra, Borgen, glaube ich Taylor, so ein Spaß, Küsschen, Dana, Blümmer, du hast das Dreh-Harrhof Trevor, wer ist Debra, Borgen? Armand, die im Foto mit Rachel Juliet, ach, habe ich Wache Ach, Rache, oder? Rage Rage, du bist so umwerfen, ich schaffst dich XOXO Victoria, und jetzt Armand? Trevor Alter, das ist Clue Price Victoria Taylor War Rage nicht zu deiner Pyjama-Party gestern eingeladen? Ich habe mich gewundert, wo sie ist Steph, Bro Victoria, oh nein, das war nicht so gemeint, es hat so viel Spaß gemacht Alissa, eine äußerst intelligente Unterhaltung Ja Das ist halt, ne, wie, ja, ok, ähm Also, sie wissen es jetzt, dass wir doch irgendwie da sind, oder? Ach, keine Ahnung, sollen sie doch Denn wissen die halt alle, dass ich beliebt bin Foto, und das ist mein Vater wieder Also, das ist ihr Vater, das ist mein Vater Ich bin so stolz auf mich, für gewinnen das stupide Science Fair Wieso, weiss ich nicht Exploding of Shade, Jade, 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 es egal Was ist das, was ich auch bescheid? Wie soll ich das abreißen? Ja, erst dann! Du bist schuld am Einhorn sterben! Warum? Was ist los? Ich mach' ein neues Poster ran! Ne? So, mal gucken. Das mach ich sogar selber. Was kann man dran machen? Eh, 100% der Schüsse, ein Genie ist. 100% der Schüsse? Ich hör das mit dem Genie ziemlich cool. Dann kann ich ihm mal angeben. Ey, ich bin ein Genie. Dann sind wir Chloe fucking aus dem Genie-Price, Alter. Just ask Steve Jobs. Da steht er. Da steht er. Genie ist 1% Inspiration. 99% SD. Okay. Da sind wir jetzt mal. Mr. Haifi nicht Haiti, oh man. So, ich würde mal sagen, dann können wir auch direkt runter gehen, oder? Oder ist hier noch irgendwas interessantes? Computer. So, das war's. Genau. Verlassen wir mal das Haus. Naja, jetzt mal mein zum Ende. Mom! Hunger! Okay, so, was ich jetzt erwifte? Nochmal. Oh, wie geht's? Das ist kein Geil. Wie war ich da letzte Nacht? Chloé, wir hatten die Frühling. Ich vermische, ich besser versuchen zu telefonen. Mit Motivation. Geil! Das ist kein Geil. Wenn.